Die Batterie Popping Flowers von Niko Feuerwerk mit 13 Schuss, die NEM beträgt 219 Gramm, BAM F2 16,47, schauen wir da mal rein, das Design interessiert mich sehr, ja und wir können schon sehen, schlicht und schwarz gehalten, ja macht einen guten Eindruck und ja, da wünsche ich euch viel Spaß bei dem Test. Ja, da wünsche ich euch viel Spaß bei dir. Bis zum nächsten Mal.